Willkommen zurück zu Devil May Cry. Heute werden wir mit Virgil spielen bzw. mit V, aber V ist ja Virgil. Machen wir mal weiter. Denn V ist ja die abgestoßene menschliche Seite von Virgil. Ich bin mal gespannt, ob wir ein paar nette Kostüme für ihn haben. Was war da denn gerade los? Die Aufzeichnung wurde pausiert. Hm, was ist das denn? Mit Flammen? Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Nehme ich. Komm her, komm, ja. Das nehme ich und dann werden wir ordentlich Schelle verteilen. Links, rechts. Oben, unten. Was kann man denn schönes anpassen? Das möchte ich jetzt nochmal gucken. Ach ja, Nico. Ach Mensch. Shadow. Was kann man denn gut noch geben? Ja, aber wir haben es ja auch ohne geschafft, ne? Wir haben es auch ohne geschafft. Verge. Wir fangen natürlich sofort mit der Mission an und dann werden wieder eine Menge Dämonen zum Weinen gebracht. Auf geht's. Na komm schon, das geht doch schneller. Ach, darum wurde es passiert. Ah, das sind diese Studioaufnahmen. Ah, ich verstehe. Vielleicht hier nicht noch irgendwie... Oh ja, tut mir leid, ich muss aber kurz mal... Optionen... Spieloptionen... Nein, da kann ich das nicht ändern. Ja, Zwischensequenzen anpassen. Darum wohl sah das gerade so komisch aus. Ja, aber... Das macht Sinn. Zack, jetzt stirb schon. Komm schon, greif da an. Ich habe heute noch was zu tun. Komm. So. Stirb. Da kommen schon mal nur kleinen Kreaturen. Tötet sie alle. Yeah. Man. Autsch. Kämpft weiter, meine kleinen Tierchen. Autsch. Kämpft mit allem, was ihr kriegen könnt. Auch mit einem Bild von mir, wenn ihr mir das gönnt. So ist du, V. Ich kann genauso philosophieren wie du. Autsch. Und dann werde ich natürlich wieder geschlagen. Ja, aber ich... Ja, aber ich... Nee, warum auch nicht? So, jetzt haben wir. Hallo, Verein, komm. Auf da. Und BÄN. das ist Im Reisgebot. Alles geht nicht. Oh. Die haben jetzt ein riesen fettes Vieh. Angriff. Es ist egal, was ihr angreift. Hauptsache, ihr tötet etwas. Beziehungsweise, ihr behaut es und ich, ja, geht wieder da halt im Westen. Los, stirb! Jetzt stüpfeln! Komm schon, einer geht noch. Gib ihm ein. Aua, muss ich hin und... Nein, natürlich schlägt das Vieh wieder. Ja, klar, nein. Du bleibst tot. Aber die Klamotten sind cool. Die sind jetzt viel besser. Die Klamotten sind cool. Ja. Die Klamotten sind cool. Der Fann, die Klamotten sind cool. Ja, ich hab mich nicht. Ich habe die Stinger. Ach ja, und genau da drüben ist man dann als Nero unterwegs, genau Verdammt, wo genau geht's nochmal lang? Hmm, hat der Papa wieder keine Orientierung? Hier runter geht's natürlich Ich hab doch Orientierung, macht euch da mal keine Sorgen Ich hab alles im Griff Ach ja, den müssen wir dann ja automatisch, ne? Nein, falscher Gegner, den anderen wollte ich Da, so, und jetzt dahin zum nächsten Und da ist wieder der nächste Angriff Tendios was So, wer will als nächstes? Genau, das stimmt, die einzige Wurzel, die alles zusammelt, mhm, super Idee. Genau, und da unten ist dann halt Nero entlang gelaufen. Ich will not allow him to gain any more power. Ich will not allow him to gain any more power. Komm schon, manche. Totet alles. Das muss man einfach gut machen. Los, mehr Energie. Das ist der nächste Dera, der will beat. Okay, äh, da muss ich mir Energie reinsetzen. Energie. So. Das hast du jetzt davon. Blast. Bäm. Creepy. So, so, was stehst du doch? Vielleicht lese ich aber auch nochmal ne kleine gute Nachgeschichte vor. Die Kraft. Ich muss seine Suppe wegnehmen. Ne, das vorlesen, das mal mal. Ach ne, die hab ich ja vergessen, einen zu sammeln, ne. Ja. Hm. Na los, komm. Tötet einfach alles, was sich hier bewegt. Mehr Energie. Ja, was soll ich groß sagen? Artikel 13 ist durch und ich bin damit mächtig unzufrieden. Hey, ich wollte oben auf dem Sturm bleiben. Was soll der Mist? Au. Tötet, los. Mehr Energie. Komm, mach kaputt. Mehr Energie, los. Angriff. Das sieht gut aus. Nein, wir werden jetzt nicht anrufen. Er wollte sich eh bloß wieder dieser blöde Nico melden. Hm, gleich werden mir jetzt richtig schön wieder die Finger blüten. Los, Angriff. Moment, und Stäbchen rein, und zack. Das heißt, stört alles, meine kleinen Hand langer. Jetzt den Typen da oben. Mach den mal kaputt, los, Angriff. Mach den drauf da. Autsch. Bäm. Kämpft mit allem, was ihr kriegen könnt. Auch mit einem Foto von mir, wenn ihr das könnt. Ja, mehr Energie. Ihr müsst mehr Energie in eure Angriffe setzen, meine Kreaturen. Was ist denn da neben? So. Zerstört alles. Unlimited Power. Oh, was, ich muss alles zerstören. Zerstören. So, jetzt bist du dran, Kumpel. Jetzt kriegst du ein Stäbchen rein. Jetzt. Stäbchen. Die Kreaturen, die gibt den Blumen. Was hast du gesagt? Tot! So, gewonnen. Ich mache jetzt Feierabend. Oh, ich habe mir gerade das Theater angeschaut, was die Programmierer machen bei diesen alternativen Cuts, die muss ich mir sagen. Das ist doch Wahnsinn, was die... Oh Gott, nee. Aber Hauptsache, ich hätte Spaß dabei bei den Dreharbeiten. So, meine Lieben. Ja, denn, ne. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao. Ciao.